Hallo, da bin ich wieder. So, jetzt ein bisschen mit einem Special und zwar animiert durch das Kommentar. Mir ist schon so langweilig, ich weiß das ja alles. Also irgendwie, da ist schon was in der Pipeline. Ich habe schon so viel an mir gearbeitet und ich will endlich leben. Und in der Tat ist das etwas, das habe ich, ich glaube im letzten halben Jahr, im letzten Dreivierteljahr, davor auch schon immer mal wieder, aber jetzt einfach verstärkt, immer wieder gehört, gerade von Frauen oder von Menschen, aber vermehrt von Frauen, die wirklich schon sehr, sehr viel an sich gearbeitet haben und fast schon zu viel an sich gearbeitet haben und einfach die elementaren Geschichten dann ein Stück weit auch für sich selber vernachlässigt haben. Nämlich manchmal die Einfachkeit, in den Dingen zu sehen, gar nicht zu viel zu erwarten, was das Leben einen tatsächlich bringt oder was einen der Freude bringen kann, sondern einfach auch mal hineinzugleiten und zu spüren. Und vor lauter Arbeiten kam dann das Spüren oft ein bisschen unten dran. Dann habe ich eine ganz lustige Theorie entwickelt, weil ich dann auch so ein bisschen geforscht habe, natürlich alles unter Berücksichtigung, dass das jetzt in meinem Umfeld mit meinen Klientinnen war, wo ich hineingeschaut habe. Aber bei all diesen Geschichten kam mir beim Feuer, das waren eher die, die mit Wut reagiert haben, die eher dann auf Abstand, die dann mal aber das alles rauslassen haben, eher ein bisschen in den Groll hineingegangen sind, so ein bisschen ganz nach dem Klischee ein wenig. Aber dann so irgendwo dann doch über die Sachen, zwar Step by Step, nicht ganz so wild, weil diese Voranpreschereien oft nicht funktioniert haben, aber dann doch irgendwie über die Wut dann dort hineingekommen sind. Die Erdzeichen, die eher verschließen, das war, ist eher ein bisschen, ja, da ist dann so eine, da kommt dann so eine Kopfblockade, da wird man dann einfach in den Kopf hineingestoßen, kommt man ganz extrem vor. Übrigens Wasser und Erde sehr ähnlich, nur mit unterschiedlichen Gewichtungen. Die Erdelemente, die hier wirklich geschlossen haben quasi, die dann gesagt haben, so Deckel drauf, auch noch einmal mit einem Hammerschlag dann mit Nagel und Hammer drauf und dort in den Kopf gegangen sind, die Wasserzeichen, die da irgendwie sich drüber hinweg geschwommen haben oder irgendwie versucht haben, drüber hinweg zu tauchen, jetzt zwar nicht zugesperrt haben, aber auch dann eher so in den Kopf abgedriftet sind, wobei natürlich für die gefühlsbetonten Wasserzeichen, das eher schwieriger ist, also da dann ein Ungleichgewicht herausgekommen ist, wobei die Erdzeichen, das ja in dem Fall so nicht haben, wir sind jetzt im Klischee-Ding drinnen, aber das ist mir aufgefallen, deswegen sage ich es jetzt mit. Und die Luftzeichen, die dann tatsächlich eher das irgendwie so komplett abgedriftet haben oben, die sich dann einfach völlig auf andere Sachen konzentriert haben und das dann quasi wie irgendwo in einem Winkel hinten irgendwo in der Ecke stehen haben lassen, die haben sich dann einfach gar nicht mehr darum gekümmert. Irgendwann haben sie gesagt, uh, da steht ja irgendwas, aber dann sind sie einfach wieder weiter Luft halt. So war das ein bisschen dahin und ich habe das jetzt total spannend gefunden und auch dieses Kommentar und auch das, was dann als Energie für sie dann mit rübergekommen ist, da war wirklich dann diese Botschaft auch wirklich, was erwartest du dir denn vom Leben eigentlich? Was erwartest du dir, dass du nicht leben kannst? Oder was ist im Gefühl denn nicht lebenswert? Und da ist dann entstanden, was sagt dir dein Leben eigentlich als deine Seelengefährtin, als deine Seelenpartnerin? Das war die Legung, die dann herkommen wollte und zwar in der weiblichen Form und wirklich so ausgesprochen auch, weil das Weibliche zum Weiblichen kommen möchte. Und da geht es nicht darum, ob du Mann oder Frau bist, sondern dieses Annehmende, sich Nährende, sich Füllende, nicht in der Leere stehende, sondern wirklich dieses Genießende, Übersprudelnde. Das ist etwas, das möchte da jetzt einfach erlebt werden. Ob das im eigenen Körpergefühl ist zusätzlich mit dem Umfeld, was passiert. Ob das aber alles, alles in einem gewissen Tempo. Also manche Menschen arbeiten gerade zu viel an sich, wodurch dann eine Leere entsteht, die man vielleicht nicht immer ganz sieht, weil natürlich trotzdem Glücksmomente passieren. Aber das ist so ein bisschen eine Falle in diesem ganzen Prozess drinnen, wenn man sich dann zu viel überarbeitet und nicht für sich im Eingang fließt, weil die Dinge kommen tatsächlich, wie sie kommen. Und deswegen habe ich das auch vorher gesagt, ein bisschen mit den Klischees, dass man schauen kann, wo passt man da hinein. Achtet nicht darauf, welches Sternzeichen ihr wirklich seid, sondern das war einfach eine Lastung. Also jemand, der wasserlastig ist, jemand, der erdlastig, feuerlastig und so weiter ist. Und hier einfach, weil auch die Feuerzeichen, da gehöre ich dazu und ich kenne das ja auch ganz gut. Wenn ich in so einem Ding drinnen war zum Beispiel, dann habe ich mich manchmal ein bisschen verirrt. Ich bin vorgelaufen, vorgestürmt, war nichts, habe aufgeben, nicht wirklich aufgegeben, aber schon ein bisschen. Dann kam diese kleine Leere, ich habe mich abgelenkt, bin in andere Sachen reingestürzt, habe das dann nicht mitempfunden und war aber dann auch gar nicht bereit oder habe es nicht mitbekommen. Und das ist jetzt dieses Schlüsselelement, was ich da mitbekommen habe für die Legung. Habe nicht mitbekommen zum Beispiel, wenn dann der Zeitpunkt da war, dass mein System gesagt hat, jetzt aber, jetzt bin ich bereit. Und das ist genau dieses Ding. Durch zu viel Arbeiten übersteuern wir manchmal und erkennen dann den richtigen Impuls der Zeit nicht, weil wir uns dann so ablenken mit anderen Dingen, weil es einfach dann zu viel war, weil es überlagert war. Und dann brauchen die Sachen einfach mehr Zeit und durch dieses, sie brauchen mehr Zeit, kommt dann doch die Leere, die man irgendwann spürt und dann wird es dann irgendwann fad. Langweilig, leer, im schlimmsten Stadium, einsam, wie auch immer. Ja, aber je nachdem, wo man sich dann befindet. Aber es reicht schon diese Langeweile. Wieso muss es langweilig sein? Ja, und das schauen wir uns an jetzt mit dieser Legung. Was sagt denn dein Leben dazu als deine Seelenpartnerin? Was wünscht es sich von dir? Was darf denn da geschehen? Und wie seht ihr euch eigentlich? Also wieder deine Seite, die Seite deines Lebens quasi und was da sich jetzt zeigen möchte, was da gesagt werden will. Und ich bin schon sehr gespannt, was da jetzt kommt. Und jetzt starten wir endlich. Bis dann, ihr Lieben. Das ist so schön. Und jetzt kam quasi dann mit der 33, mit der übergeordneten Situation, was dein Leben quasi dir da auch so, dann komm in dir an, wenn nicht du, wer denn dann? Ja, das war dann wirklich so dieses, ja, also wirklich dieses bei dir Ankommen. So, wir schauen uns jetzt deine Seite mal an. Grundsätzlich, ja, sehr, sehr schöne Karten. Das Herz ist beim Leben dabei, ja. Also man ist der Situation offen gegenüber. Man will bei sich ankommen. Das ist hier wirklich auch einfach sehr, sehr schön zu sehen. Das ist der Wunsch, die Gefühle sind, dass man sich selbst hier wirklich treu ist und auch auf sich achtet, dass man hier einfach auch wirklich schauen möchte, um was es da geht. Aber ein bisschen haben wir hier tatsächlich im spirituellen Weg und mit dem, wie man sich zu sich selber eigentlich steht oder zu der Situation, haben wir noch so ein bisschen die Häutung drin und haben wir auch noch ein bisschen dieses, hm, wie wenn man sich da ein bisschen selbst blockiert, ja, im Sinne von, wo darf man sich etwas wagen, wo darf man hinausgehen aus sich. Also hier kommt tatsächlich eine Unklarheit irgendwie mit aufgrund von bestimmten Verwickelungen. Und hier mit der Schlange natürlich haben wir tatsächlich hier auch eine Situation, wo es einfach verzwickt ist. Vielleicht sieht man das Leben hier selbst als ein bisschen eine Fehlleitung. Vielleicht sieht man manche Dinge, dass die hier schiefgelaufen sind. Vielleicht hat man den Fokus ein bisschen dort drauf, dass hier etwas nicht ganz läuft oder in der eigenen Weiblichkeit, dass hier einfach Schwierigkeiten drinnen sind. Und das vielleicht schon seit sehr langer Zeit. Natürlich kann hier auch das Mutterthema die Weiblichkeit mit einer Rolle spielen. Aber diese Position heißt so viel, wie stehst du eigentlich zum Leben in dem Fall jetzt, ja, also zum Leben, zu deinem Lebenssinn. Ja, und da haben wir die Schlange drinnen. Das heißt, du bist hier am Heilweg, du bist hier tatsächlich in einer Situation, dich zu häuten, aber irgendwie kommt mir dieses Langsame, dieses Verworrene, auch ein bisschen der Kriegsfuß drinnen, ja. Natürlich, glaube ich, so wie das jetzt hier liegt, ja, da sind es nämlich genau jetzt der Blinderfleck quasi, das mit der Spiritualität. Weil hier, das sind die Positionen, wie siehst du die Situation, wie fühlst du die Situation, was ist dein Wunsch? Und das ist wunderschön, wir haben das Herz, wir haben den Hund, wir haben dich selbst hier drinnen liegen, sonst nichts, ja, es geht hier wirklich um dich, ja. Und das heißt schon so viel wie, du möchtest dort richtig aufgehen, du genießt das Leben. Eigentlich bist du mit dem Herzen da voll drinnen, aber wenn wir jetzt auf die Blockade schauen, deinen blinden Fleck, die Blockade selber, liegt da die Klarheit drinnen, ja. Die Klarheit und das dann gespiegelt einfach quasi mit dem, die Sicht aufs Leben selbst, ja. Da kommt mir so ein bisschen die Blockade. Dieses, mir ist eigentlich gar nicht klar, wohin es gehen soll. Und das geht jetzt schon so lang, dass ich es vielleicht nicht weiß, ja. Da tue ich mir schwer damit, ja. Obwohl ich weiß, dass hier alles offen ist, dass hier alle Möglichkeiten für mich da sind, aber vielleicht überfordert mich das auch, ja. Hier mit dem Park auf den Möglichkeiten, was möglich wäre, ja. Die Wertschätzung dem Leben gegenüber, die ist da, ja. Das ist die Position der Wertschätzung. Trotzdem ist hier jetzt einfach nur vom Gefühl, ist hier noch etwas verankert, ja. Das Thema, dass vielleicht die Weiblichkeit, die Mutterseite, irgendwas schlummert hier auch im Unterbewusstsein, wenn ich das ganze Bild einfach so ansehe, wodurch das noch nicht so ganz kommen kann. Weil das ist hier auch die Klapperschlange. Das ist jetzt nicht eine Königsbyton oder eine Kobra oder sonst irgendwas, irgendwas, was königlich daherkommt und sagt, ha, ich bin da. Sondern diese Schlange, die scheppert und ist irgendwie so auf angespannt. Es ist eine angespannte Situation unterrisch, ja. Und die Spiritualität in dem Fall, die Klarheit, ja, dieses, ich hole mir meinen Himmel auf die Erde herunter, ja. Die ist hier da, die Möglichkeiten sind da. Es geht aber auch darum, in die Selbstliebe bei sich selbst hier einzutauchen. Und dieser Bewusstwerdungsweg, dieser Weg der Spiritualität, dieses, man geht einfach die Schritte. Manchmal, glaube ich, und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, will man hier vielleicht einfach zu viel und dadurch kommt man in diesen kleinen Konflikt hinein, ja. Wo es einfach, der gar nicht da sein will in Wirklichkeit. Wo eigentlich alles richtig läuft, bloß will man es nicht sehen oder sieht es noch nicht. Und das macht es dann unklar an dieser Stelle. Weil wir haben auch hier die Elf, ja, was ist in deiner Situation, was bringst du gerade mit hinein? Und da haben wir den einen Storch, der da steht. Den einen Storch, der auf sein Nestchen schaut, aber irgendwie ein bisschen traurig. Da drinnen schlüpft, glaube ich, gerade was, ja. Es ist jetzt nicht so, dass dieses Nest alleine ist. Da drinnen, wenn ihr das ganz, da ist was drunter, ja. Da ist so was ganz Kleines versteckt. Das sehe ich übrigens jetzt das erste Mal, ja. Das ist kein leeres Nestchen. Und das ist dann, wenn man es sich genauer anschaut, eine total fürsorgliche Mutter, die da steht und ihr kleines Küken jetzt, wo es so kommt, ja. Wo das einfach bewusst wird. Man selbst steht da und nährt sich einfach einmal, ja. Oder nährt sein Leben einfach einmal. Und da braucht es noch nicht, dass man die Flügel aufmacht und wegschwingt oder sonst was. Sondern, dass man einfach erst einmal hier ankommt, hier drinnen. Und auf den ersten Blick, und ich glaube, das ist auch hier diese Situation, sieht man es nicht. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Störchlein, der verdattert und traurig vielleicht irgendwie dasteht. Und das Leben nicht genießt. Aber das ist ja genau das Thema, ja. Wir haben ja das Thema, dieser Zwiespalt zwischen eigentlich genieße ich das Leben, eigentlich geht es mir sehr gut. Aber was bitte schön ist es da, was dann doch manchmal diese Leere irgendwie verursacht. Oder dieses leichten Vertrust, den man dann wieder überdeckt durch irgendwelche Geschichten. Aber der ist wichtig, weil das bringt einfach diesen Erfolg mit sich. Der blinde Fleck an dieser Stelle, sei gesagt, ist die Harmonie mit dem eigenen Leben. Also irgendwas dürfte hier tatsächlich noch ein bisschen so drinnen liegen. Auch die hohe Erwartung an sich selbst. Dass man da endlich seiner Führung zuhört. Dass man endlich alle Blockaden gelöst hat. Dass man hier wirklich in die Vollendung geht. Dass alles fließen darf. Dass alles miteinander verbunden ist. Dass man dort schon längst drinnen steht und übersieht vielleicht, wo man tatsächlich einfach, tatsächlich schon direkt in den Neuanfang gegangen ist. Ja, das ist es. Irgendwie kommt es von der Energie da immer mit. Man übersieht etwas. Etwas Wesentliches, was einen dann dieses Glücksgefühl beschert. Ja. Weil du sollst hier im Glück ankommen. Übergeordnet ist das der Sinn dahinter. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Hier. Ja. Tatsächlich mit dem Haus und mit dem Klee die Hingabe zu der ganzen Situation. Die wirkliche Hingabe. Und die Kleinigkeiten sehen. In die Harmonie damit gehen. Ja. Und auch wirklich die Lösung anzunehmen. Die Lösung ist nämlich tatsächlich nicht hier festzuhalten. sondern in die Verbindung damit zu gehen. Das wäre tatsächlich hier auch der Vorschlag in der ganzen Geschichte. Ja. Wir haben hier die Erwartungen mit dem Kreuz. Wir haben hier den blinden Fleck, mit dem man hält hier etwas an. Es ist hier irgendeine Unruhe drinnen. Man sieht nicht ganz, wo das überhaupt ankommen kann. Das ist der blinde Fleck. Man sieht eigentlich gar nicht, was da schon zum Teil alles erreicht wurde, weil man sich an den, an den, die Schlange, nehmen wir die Schlange her. Bis die Schlange eine ausgewachsene Schlange ist, häutet sie sich hunderttausendmal. Und diesen Erfolg, dass sie nach einer Häutung, dass es da weitergegangen ist. Ja. Und dass sie einfach vielleicht eine Farbenpracht dazu gewonnen hat. Ja. Oder einfach ausgereifter ist. Wie auch immer. Diesen ganzen Prozess, der wird hier nicht als Harmonie gesehen. Und das ist es aber, was es dann schwieriger macht, dort wirklich dann in die Erfüllung für sich zu gehen. Es fehlt hier ein bisschen der Spaß an der Freude. Und der Lösungsvorschlag wäre hier tatsächlich, ja, mit der Verbindung, was ist möglich, was darf hier gehen, ja, oder was darf hier in die Verbindung gehen. Der Neuanfang mit sich selber, die Kreativität, diese Freude, diese Leichtigkeit. Hier will auch mehr Leichtigkeit hineingebracht werden im Sinne von, du darfst die Kleinigkeiten, das Klee, das steht ja für, man sagt ja oft kleines Glück. Ich sage das nie, weil das für mich nicht rüberkommt. Aber es geht um ein Frühlingserwachen, es geht um Kleinigkeiten, in dem Fall aber jetzt sehr wohl doch, ja. Weil das einfach, das besteht einfach aus vier kleinen Blättchen, ja. Und wenn man sich anschaut, wie viele Triebe das, dann sind lauter kleine Elemente, die dazu geführt haben, dass es zu so einem wunderschönen vierplättigen Kleeblatt wird, ja. Und dass man dann das Ganze sehen kann. Und wenn man immer nur das große Ganze sieht, ja, wenn man dann schon vollendet ist, wenn man dann schon man selbst ist, wenn man dann schon alles gelöst hat, wenn man dann schon den Erfolg überall hat, ja. Dann widerspricht man sich da manchmal, weil einfach der Prozess an sich und das wissen viele und trotzdem, gerade bei denen, die es eh wissen, und das ist das, was ich anfangs gemeint habe, ist die Falle des Wissens, die sich darüber legt. Weil man dann so viel weiß und das eh so klar ist, dass man im Untergrund übersieht, einfach einmal in diese Freude einzutauchen, einfach mal ein Bällchen zu sehen, ein Kleeblatt zu sehen, einfach auch Kleinigkeiten zu genießen, einfach einmal, und das heißt nicht, dass man es hier nicht macht. Hier geht es darum, dass es eine Falle ist, dass man hier noch an alten Strukturen ein bisschen festhält und dass man nicht sieht, was man da alles eigentlich schon gemacht hat. Zum Teil, was heißt sieht? Ich glaube, man weiß es, aber man spürt es nicht. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Man weiß, es sollte so sein, aber man fühlt es nicht, ja. Und dieses, man fühlt es nicht, bis auf ein paar Ausschläge, bis auf wirklich Momente, die wunderschön sind, ja. Gerade, wenn ihr an den Seelenpartner denkt, zum Beispiel. Das war so ein Kick im Leben, ja. Oder wenn schöne Momente passiert sind, das war ein Kick. Aber ansonsten flacht es dann wieder ab. Und da geht es in diesem Blatt darum, wieso flacht es ab? Wieso kann das nicht in so einer Wellenlänge einfach weitergehen, die nicht abflacht, sondern die einfach da ist, als wunderschönes, was fließt, wo man da einfach in die weiter geht. Und da sagt das Leben jetzt Folgendes dazu. Wie sieht das Leben das? Das Leben sieht, dass im Moment einfach ein paar Mangelgeschichten noch vorhanden sind. Irgendwas nagt daran. Irgendwas will man da vielleicht nicht ganz für sich erkennen. Es dürfte hier mit den Gefühlen ein Risiko sein, sich wirklich einzulassen auf etwas. Vielleicht erwartet man auch hier einfach mit dem Kopf zu viel. Und grundsätzlich wünscht sich das Leben auch, dass ihr in euch selber ankommt. Ihr habt euch hier in der absolut gleichen Position. Und auch das Leben sagt er, es gibt hier einfach noch etwas zu klären. Man trägt hier einfach noch manchmal Masken und ist hier mitten in einem Umbruch drin, ja. Hier der Rückzug, da der Umbruch, ja. Und unten kommen dir an. Wenn nicht du, wer denn dann? Und man hat hier selber den Schlüssel in der Hand. Und auch hier sagt das Leben dir tatsächlich als Wertschätzung, als du hörst doch auf deine Führung. Wieso nimmst du das nicht richtig in dir an? Es ist doch alles da. Es wird doch alles begleitet. Es muss hier auch an dieser Stelle gar nicht so schwer sein. Nur es braucht halt einfach auch ein Stück weit seine Zeit. Und die Blockade ist hier die Zeit. Die Blockade ist, dass man vielleicht sich die Zeit, dass die Dinge ankommen, die Dinge zu sehen, auch manchmal schlicht und ergreifend einfach gar nicht nimmt. Ja, vor lauter, ich sollte vielleicht dann doch noch was tun. Oder der Häutungsprozess muss dann... Das ist alles selber spitz dargestellt. Ihr seid hier wirklich in unterschiedlichen Geschichten. Und das merke ich jedes Mal, wenn ich mit euch selbst verziele, in Coaching, Beratung, sonst was mache, merken wir ja auch im Eins-zu-eins jetzt, ja. Hier sind wir ja im Kollektiv, wo der Einzelne da steht und um welchen Feinschliff es da geht. Und ganz, ganz viel. Ja, deswegen war das jetzt vielleicht auch dieses Anliegen von diesem Reading. Deswegen ist es tatsächlich so, dass man so viel tut, dass es dann schon fast zu viel wird. Und dann aber die Dinge, die dann zum Tun sind, ja, manchmal einfach nicht tut. Und das fällt mir dann schon immer mal wieder auf. Der ein oder andere merkt das dann auch, wenn er mit mir dann direkt im Gespräch ist. Ja, bei anderen natürlich nicht. Ich laufe ja jetzt auch nicht allen nach, wenn mir so auffällt, ja. Aber grundsätzlich merkt man es dann. Ja, das ist so wirklich dieses Erkennen sich, die Zeit nehmen, diese Ruhe geben, dass die Dinge ankommen, damit man dann die Dinge, die wirklich wichtig sind, wo das Leben sagt, hey, jetzt ist es wirklich wichtig, jetzt mach mal was, ja. Dass man dann dort heraus strebt und das dann wirklich macht und eher aus dem Gefühl heraus, weil jetzt der Impuls kommt, weil jetzt die Führung da ist und sagt jetzt. Und man das eben nicht mehr übertaucht und dann wirklich fließen lässt, ja. Und hier sagt die Führung, also sagt dein Leben, die Führung ist ja da. Ja, und das sehen sie auch als Wertschätzung, dass du hier durchaus bereit bist, die ganzen Sachen zu sehen. Und das Leben freut sich auch darüber, dass du hier tatsächlich auch deinen Weg gehst und auch Karma löst, dass du dir diese Dinge auch anschaust, dass du da nicht wegschaust, ja. Aber grundsätzlich geht es auch hier tatsächlich um die Zeit. Und auch hier sagt das Leben, was erwartest du dir, wofür bist du denn bereit? Weil im Moment geht es eigentlich darum, dass man in der Ruhe, in das Wachstum hineinkommt. Und es geht ja darum, jetzt in Ruhe zu wachsen, Altes abzugeben, Neues zu empfangen, sich nicht alleine zu fühlen, hier auch mit den Erzengeln, mit der Führung, die auch hier wieder in den Bäumchen ihre Lieder trellert, ja. Und hier ein Stück weit alles als zusammengehörig zu sehen. Wir haben hier auf diesem Bild und dem Bild der Heilung haben wir tatsächlich hier die Pilzchen stehen, ja. Die Fliegenpilze, glaube ich. Also es würde jetzt, könnte man sagen Gift, aber irgendwo haben sie hier eine Berechtigung. Irgendwo ist es hier eine Pflanze, die einfach wächst. Aus irgendeinem Grund, hier ist keine Wertung drin. Hier steht nicht Gift. Hier sind Pilze. Das, was ich sage, dass das Gift ist, das ist jetzt einfach der Kopf. Das ist das Wissen, das geht um Fliegenpilze und, und, und. Hier sind es einfach nur Pilze auf dem Bild, die hier wachsen. Gemeinsam mit einem Baum, der einen wunderschönen Regenbogen in sich trägt und durch diesen Baum verbunden quasi die Welten miteinander verbunden werden, ja. Kosmos, Erde, ja. Du mit der geistigen Welt in diesem irdischen Geschehen, auch hier mit den Erzengeln, die Führung, ja. Die Vögel auf den Karten heißen, sprechen für mich immer für Führung, spricht für mich immer für etwas, was mit dir ist, ja. Etwas, was aus einer erhöhten Perspektive auch spricht, ja. Und, ähm, manchmal die Dinge einfach auch gar nicht zu ernst zu nehmen, das ist auch etwas, was mitkommt, ja. Was erwartest du an deinen eigenen Reifeprozess, ja, wenn nicht, dass du dir einfach hier die Zeit geben kannst, einfach mal damit alles gedeiht, damit alles wächst, damit alles zu seiner Stabilität und zu seinem Guten kommen kann. Wieso siehst du das auf derselben Position quasi als Bürde, ja, oder als Last oder als Erwartung, ja. Weil hier geht es einfach nur um ein Wachsen, hier geht es einfach nur darum, dass der Baum, ja, mit seinen Wurzeln treibt, seine Krone öffnet, im Frühjahr blüht, im Winter die Blätter verliert oder im Herbst die Blätter verliert und sich im Winter ein bisschen zurückzieht und dann wieder im Frühling aufzublühen. Es geht hier um einen ganz normalen Lebensprozess, um eine ganz normale Reife und hier in Kombination mit all diesen Karten, das ist der Widerstand in einem Selbst irgendwo noch ein Stück weit drinnen, dass man das nicht als Ganzes so nehmen kann. Da ist irgendeine Erwartung an die geistige Welt, die sagt, du hörst ja eigentlich gut zu, es ist ja alles da, es ist eigentlich, du bist hier super auf dem Weg, sonst wären jetzt auch die Karten überhaupt nicht so gefallen, wie sie gefallen sind. Aber hier ist irgendein Selbstdruck. Irgendwas schwirrt dem Unteren mit und das möchte man vor lauter Wissen dann nicht spüren oder nicht sehen. Und das kommt wirklich mit. Der Kopf stellt sich ja manchmal über das Gefühl drüber. Was sagt das Leben dir über deinen blinden Fleck und das finde ich jetzt sehr lustig, weil da sagt das Leben dir, du hast den Schlüssel selbst in der Hand. Du bist diejenige, die sich aus ihren Sachen befreit oder eben nicht. Es ist nicht die Führung, es ist nicht das Leben, es ist nicht nichts, sondern du bist der Schlüssel in deinem Leben selbst. Nimm den Schlüssel dich selbst in dir an und wisse, dass du überall hingehen kannst, egal wohin du dich richtest und geh in den Frieden damit. Wie steht das Leben zu dir? Freudig, voller Geschenke, voller Leichtigkeit, wie ein Blumenstrauß, der einfach dir Geschenke geben will, nicht die Schlange hier. Eigentlich haben wir genau hier jetzt diese Leichtigkeit, diese Elemente, die kleinen, die hier drinnen sind. Ein Blumenstrauß, der dir einfach von Haus aus die Vollendung bringt und man verquert sich da vielleicht eben mit diesem Bewusstwerdungsweg da drinnen. Also einfach so diese gegengesetzte Geschichte hier, wo das Leben sagt, hey, du bist der Schlüssel in mir. Wenn du leben willst, dann mach die Türen auf und lebe. Was ist der Lösungsvorschlag vom Leben an dich, hier diesen Neuanfang einfach zu wagen? Einfach wieder aufzumachen, das Buch, einfach zu schauen wie ein Kind vielleicht. Ein Kind macht sich nicht so viele Gedanken darüber, was es muss. Du hast das hier tatsächlich beim Veränderungswunsch, hast du einen Neuanfang drinnen und beim Vorschlag irgendwie in den Frieden damit zu gehen, Harmonie zu finden. Und da sagt das Leben, vielleicht ist es ja der Neuanfang, der dir den Frieden bringt. Vielleicht ist es nicht, dass du den Frieden erlangen kannst, um in den Neuanfang zu gehen, sondern vielleicht ist das alles ein überfließender Prozess, der dir dann da diese Leichtigkeit und Freude wieder bringt. Vielleicht ist nicht immer das eine nach dem anderen und den anderen, sondern vielleicht ist das einfach auch ein übergreifender Prozess, der da einfach die Wurzeln treibt. So wie der Klee, wie ich das vorher gesagt habe, das bedingt einfach, dass der Nährboden da ist, dass die Erde da ist, dass die Erde gewässert wird, dass von oben Licht herunterkommt, dass die Sonne mit der Fotosynthese hier auch einen Beitrag dazu leistet, dass überhaupt alles gedeihen kann, dass sich die Blätter daraus entstehen, dass grundsätzlich hier dann einfach auch Blüten treiben können. Hier haben wir eine total Fruchtbank, hier auch noch, dann kommt die Süße mit hinein, also es geht auch um die DNA von dem ganzen Ding. Also das Gesamtzusammenspiel darf man hier, sagt das Leben, in der Veränderung sehen, in der Verbindung mit einem sehen. Und hier sagt das Leben, hey, vielleicht siehst du es manchmal nicht, aber ich verehr dich. Ich bin dein heimlicher Verehrer. Ich stehe auf dich. Und sei dir gewiss, dass hier die göttliche Fügung eingeschalten ist. Bleib dir einfach selbst treu. Überleg dir nicht zu viel, was du alles tun kannst, was du machen musst, sondern spür hin. Spür vielleicht im Moment einfach, wo es dich hinträgt und erfreue dich an den Kleinigkeiten, wo sich einfach ganz, ganz viel bewegt. Wenn man vielleicht Erwartung hat an ein Ziel oder Sonstiges, dann spürt man vielleicht den Weg dort nicht hin. Und dann ist das Ziel dann manchmal einfach auch ganz, ganz weit weg. Und dort kommt es dann ganz in den Mangel. Aber das müsste hier überhaupt nicht sein. Du hast hier den Schlüssel selbst in der Hand. Nimm es und lass dich vom Leben hier einfach auch treiben. Oder mit dem Leben treiben. Spring auf auf den Sattel. Und geh mit dir. Wer sonst kann in dir ankommen, wenn nicht du in dir? Das ist so ein bisschen diese Botschaft. Da kann man jetzt sagen, natürlich, das weiß ich alles. Und glaubt mir eines, die größte Falle, das was ich wirklich bei hunderttausenden Beratungen permanent erlebe, ist der Satz, ich weiß das alles. Mir ist das alles klar. In dem Moment, wo man das viel zu oft sagt, wo es einem wirklich klar ist, darf man wirklich mal den Kopf hinunter ins Herz, ich sage das so oft, nicht ohne Grund. Den Kopf unten im Herzen schlafen legen und fühlen. Es geht ganz viel ums Gefühl, eine Lehre, die durchdenkt man nicht. Eine Lehre in einen selber, eine Lustlosigkeit oder sonstiges. Das kann man nicht im Kopf sich ausmachen. Da geht es ums Gefühl, da geht es ums Erden, da geht es ums Ankommen, da geht es um den Moment, da geht es um die Kleinigkeiten, die einfach mit integriert werden wollen. Als Kind, zweimal an diesen Positionen, ihr selbst zweimal hier drin. Da geht es nicht um einen Seelenpartner, lustigerweise. Ich bin so glücklich, dass hier jetzt keine männliche Energie, nichts von dem gefallen ist. Wie gesagt, wurscht, ob ihr Männchen oder Weibchen seid. Sondern es geht hier um die annehmende Energie, um die sich selbst nährende Energie, um mit sich selbst hier in Einklang zu gehen und sich selbst hier als den Schlüssel zu erleben und sich da wirklich bei sich zu verankern und nichts festzuhalten an irgendetwas, was da vielleicht dann schwer wird. Sondern wirklich anzukommen. Anzukommen, aufzumachen, weiterzugehen. Und diese Bedingung hier nicht als Bedingung zu sehen, sondern vielleicht als sowohl als auch, weil das ist wunderschön, ihr Lieben. Das ist wirklich etwas, da kommt man absolut in sich an. Und es geht bei euch um die Hingabe und um zweimal das Haus, um in der Mitte in die Stabilität für sich zu fließen. Und dort, da ist man ja schon. Das muss man einfach nur ins Gefühl, ins Genießen bringen. Nicht mit dem Kopf. Der Kopf, wir finden immer hunderttausende Sachen, an denen wir arbeiten können. Darum geht es aber nicht. Es geht auch darum, mal die Arbeit ruhen zu lassen, nicht zu viel zu tun, sondern das, was sich da tut, auch wahrzunehmen. Weil wenn man das nicht macht, wie kommt man denn dann weiter? Wie erkennt man denn, dass man schon so viel gearbeitet hat, dass das alles in den Genuss kommt? Natürlich, wenn das eine da ist, wenn was hochpoppt, das sagt dir das Leben ja auch, dann kann man natürlich was dran tun. Aber man muss nicht zu viel tun, sondern das tun, was jetzt gerade ansteht. Und da in der Ruhe fließen. Und dann weiß eure Seele ganz genau, wo es hingeht. Und dann kommt nicht dieses, wo soll ich eigentlich hin? Es ist mir da nicht klar. Ja, da fehlt dieses Fließen, dieses Genießen. Dieses einfach mal spüren. Was sagen da die Karten dazu? Ach, Wunder geschehen. Du wirst es sehen. Ja, eben. Es geht mit der göttlichen Führung um eine Reinigung. Wirf alles ins Feuer deines Herzens, was dich vermeintlich von Gott trennt. Ja. Da geht es um eine Klarheit, die kommt. Da geht es um einfach, auch nicht, da musst du nichts tun aktiv, sondern dich vielleicht einfach diese Entscheidung treffen, öffnen dafür, dass hier einfach auch mitgeholfen wird, dass hier das Leben da ist. Du bist der Schlüssel dafür. Das ist schon richtig. Versperre dich nicht davor. Aber lass es fließen. Das Blau, auch der Halsbereich, das sind alles, da will etwas zu dir. Du bist hier geschützt mit Erzengel Michael. Da geht es darum, du bist beschützt. Du hast die Krone auf. Sieh das selber und das, wo du das Gefühl hast, dass du nicht die Krone aufhast, dass alles schwerer ist. Dieses Wissen, nicht das, dieses Kopfkino. Ja, diese Gedanken. Die Gedanken, die gib da ab und lass es fließen. Gib das in die Reinigung. Und dort passiert dann einfach dieses Wunder. Du suchst nach Wundern. Du bist ein Wunder. Auch das wieder die Annahme darin. Vielleicht, und da sind wir wieder bei den Erwartungen, genau mit diesem Satz. Du suchst ein Wunder, Fragezeichen. Du bist das Wunder. Du suchst etwas, erkenne es, dass du es doch selbst schon längst bist. Und das alles, wie es einfach gerade ist, welche Steps dann im Leben kommen, was dann daraus entstehen darf, auf dem, was du eigentlich bist. Das wird sich zeigen, nach und nach. Vielleicht nicht immer nach der Suche, nach dem, was noch nicht ist, sondern eher das Gefühl, die Krone auf das zu richten, was jetzt im Moment tatsächlich gerade ist. Und damit kommt man ins Genießen. Eine will noch. Ja. Und in das Herz erwachen. Eben. Jedes Ende ist ein Neuanfang. Die Manifestation ist hier eingeschalten. Und hier kommen wir in die Kooperation mit der geistigen Ebene und absolut ins Herz erwachen. Erfülle dir deine Träume. Lebe, wer du bist, aber lebe. Ja. Singe, atme, fühle. Ich bin Liebe. Ich bin hier. Ich bin da. Hurra. Jetzt und hier. Da bist du der Schlüssel. Und dann geht es auch ins gemeinsame Wir. So in dem. Na ja, gut. Also. Köpfchen abschalten. Manchmal rein ins Herz. Und ins gefühlte fließen. Bis dann. Papa. Bis zum nächsten Mal.